Maria Stuart ist zum Tode verurteilt. Auf Befehl unserer Herrscherin Elisabeth, Königin von England. Wie hat es so weit kommen können? Eure Cousine Maria ist nach Schottland zurückgekehrt. Sagt meiner Schwester, wir beten für den Frieden. Es liegt eine Plage über dem Land. Es ist ein Weibstück mit einer Krone. Sie hat Anspruch auf euren Traum. Wir müssen Bürgerkrieg stiften in Schottland. Ich soll meine Königsschwester beseitigen. Spielt ihnen nicht in die Hände. Ich habe einzig und allein versucht, das Land zu einen. Sie greifen schon nach meiner Krone. Was habt ihr bewirkt? Krieg? Tod? Verlangt nicht, dass wir vor ihr niederknien, wie wir es vor euch tun. Ich bin die Königin und solltet ihr mich ermorden, vergesst nicht, ihr ermordet eure Schwester. Wie hat es so weit kommen können? Maria Stewart, Königin von Schottland. Ab 17. Jänner im Kino. Bis zum nächsten Mal.